Was denkst du über Pedri? Du hast gesagt, er ist der größte Prospekt in Europa, aber was er heute gemacht hat, ist es unglaublich für einen 19-Jährigen. Ja, es ist sehr ähnlich wie Andres Iniesta. Es ist ein großartiger Talent und es ist nicht eine Überraschung für mich, weil ich jeden Tag mit ihm trainiere, das ist unglaublich. Anfänger Quietscher Fertigliche Fals, oh, und der Fals, Petri, was mein Gott! Goalasso! Goalasso, Petri! Schikarrnig Fals, 4-1! Und Barcelona wieder aus dem Fals. Aber es fehlt halt auch so ein bisschen der Glaube, dass Bilbao hier in der Lage wäre, innerhalb von... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.